ARD Text im Auftrag von Funk So, da sind wir wieder am Ja, jetzt dürfen wir nach 5 Minuten aufnehmen Ich hab geguckt, was das von Stapis Stapis brauchen wir noch nicht Echt? Ja Ja Jetzt machen wir Feuer aus, wir haben dort Weiß nicht Würde ich dir jetzt mal wieder Volk oder so? Ja, ich war jetzt mal zum Schackloch Ich muss das nicht verstehen Ja Das sind die Schackloch Die Schackloch Und das ist so cool Das ist der Absicht Was ist der Absicht? Ja Was ist der Absicht? Not ein Absicht? Ich hab' es geschafft Ja, ich hab' es geschafft Ja, da passen wir uns mit dem Link Warte kurz Ich musste mich gleich Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich What the fucker? So, let's go through your portal, that's not a good idea I don't know, I don't know, I don't know What's your name? That's just I don't know, I don't know I don't know Oh, sowas brauch ich ja manchmal. Jetzt, jetzt. 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 Da haben wir irgendwo Gold fertig gebrannt. Nein. Mist. Oh nein. Echt nicht. Drei Kohle, Roshimi. Ich hab' ein bisschen Gold draus zu fischen. Ja. Oder ich stelle auf jetzt der Holz da rein. Nein, Holz nicht. Ich hab' noch drei Kohle. So. Warte abends. Was denn? Bin ich in lange Schule? Ja, dann spiel uns was an da. Wenn ich auch. Äh, warte, ich muss eh noch ein, ich muss was. Sind das deine Diamantssachen oder sind das meine Diamantssachen? Deine. Meine? Ja. Ich verzauber dir dahin direkt, Mann. Jo. Ich kann 8, Klipp 8 machen. Und Protection 2. Die Hosen mach' ich noch nicht. Oh. Weil ich noch ein Level habe. Postport werden wieder. Wenn noch nicht. Ich hab' gerade gar nicht. Ich hab' schon mal. Ich hab' gerade mal. Ich hab' gerade mal, wenn der Schlagloder gecrafted wird. Äh, Ender-Perle haben wir, oder? Wir noch ein paar haben. Bücher. Obsidian. Mist. Was denn? Haben keine mehr. Gar keine? Nee. Nein gut. Guck mal bei Limecraftigen Sachen. Ja, ja, ich wollte gerade schon sagen. Da müssen eigentlich noch ein paar drinnen sein. Nein. Das ist keine Ahnung. So, noch Enderman. Ich denke, es ist da, wie das auch heißt. So, dann muss ich mal gerade... ...soh. Enderman. Du, die Mops zu fahren, sieht schon mal echt geil aus. Oder darf ich kurz bei den anderen gucken? Das denkst du mal? Ich darf das. Ja. Weil es ja nur einer Enderpill... ...ne, ich kann lustig. Ich fahre einfach selber einer. Die ganze Zeit werden einfach bei denen irgendwas reinlegen. Bis es nicht auffällt, wo? Nein. Nein. Shit, würde ich sagen. Das ist ein Ding, Herr. Manchmal aber es laufen noch mal viele. So warm, so wenig. Man ist ja ein bisschen, Tier. Ach, der hat ja Monster auf ganz wenig gestellt. Die Rappale. Ja. Das ist gar nicht gut. Oh. Ich. Der hat ja auch wenig gestellt. Das ist gar nicht schwierig. Ah, der hat ja auch wenig gestellt. Ja. Ja. Man, dann kann man sich drauf. Was ist so gut bei dir? Leider haben wir keine Kohle mehr. Ich fühle jetzt viel jetzt. Baden. Und wir waren nicht mehr. Das ist nicht. Wir haben doch mit diesen hier... Du mal Gold da rein. Du mal Gold da rein. Du kannst ganz zu Gold hören. Ja. Das war toll. Da hat die ganze Kohle jetzt da reingekommen. Das waren drei Kohle. Und ne Truhe sind noch Kohle. Und. Aber die Aufnahme ist mal beendet. Und dann, ja. Das ist ja das nächste Mal. Tschüss. Moin Leute. Bis wieder. Das ist Nettel. Und wir sind wieder bei. Mein. Neue. Und der Sweet wollte gerade eine Raumfahrt bauen. Und ich wollte auch eigentlich was bauen. Aber sie haben fast nicht alle gut zu sehen. Da kommt da. Und jetzt ist eine hier. Äh. Oh, ich wollte gerade sagen. Wenn ich heiße, wo bin ich hier gelandet. Aber ich bin in einem Hausfahrt. Äh. Nix. Da hab ich da jetzt mal rausgebracht. Komm. Ich weiß nicht noch mal. Genau. Bei. Neuen. Chip. Ich hab ja fertig. Ich wollte gerade spielen. Ich brauchst mal meine Eier. Ah, Leute. Da will ich hier mehr Eier haben. Mir reicht. Das war ein bisschen. Deswegen. Ich wollte. Warst du nicht stehen geblieben? Keine Ahnung. Genau. Klar. Haben wir Sand oder so? Sand? Ja, Sand. Boah, Alter. Scheiße, diese Scheißpür. Keine Sand. Lass uns mal unsere. Wir hatten uns mal hier. Keine Sand. Keine Sand. Ich kann das auch nicht. Ich kann verbrauchen. Ich bin nur zwei Folgen. Ich kann aber auch gerade nicht. Ding. Weil ich meine Eierfunk bauen will. Weil Eier sind. Ich bin doch Sand. Ich bin so blöd. So blöd. So blöd. Wo ist unsere Kohle? Oh, wir haben hier. Wir sehen uns hier einmal. Wie haben wir Kohle? Und hier haben wir andere Sachen. Nichts schön. So, dann mache ich hier mal so eine Abgrenzung. Wir können Hühner an den Leitern verlaufen. Nein, ich weiß nicht. Ich denke mal. Oh, das kann man nicht tun. Eierfunk. Ähm. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt geläftet. Was der gerade eben gesagt. Ja. Es ist noch früh morgens. Äh, früh morgens, ja. Autsch. Autsch. Was denn? Ich habe schon morgens in meinem Fenster kaputt. Bist du schlau, spinne, lauf dir unten rein. Oh mein Gott. Was laberst du dafür? Nichts. Nichts. Ja. Selbstgespräch. Dann sage ich jetzt mal. Okay. War ja nicht schwer. Äh. Du musst Eier suchen. Ich glaube, man kann die nicht da durchwerfen. Da. Oder kam da einfach nur nach vorne. Stücke. Das ist jetzt nur wie nur so, um Eier zu finden. Ich war's dabei. Nee, ich habe schon drei, äh, zwei Eier. Ich habe eine geilere Idee. Ich habe, ich habe gerade, ich habe gerade eine geile Idee. Ist mir gerade was eingefallen, was man bauen kann. So spontan. Okay, okay, ich sage, als wäre es lieber nichts. Ich klasse mich einfach gerade mal so ein paar Steine rein. Dieses scheiß Spinnen, diese Spawner, die machen das nicht richtig alles weg. Geben zu wenig Licht, glaube ich. So. Die bauen wir noch mit der Leiter. So. So. Jetzt. Jetzt habe ich schon wieder rausgefahren. Noch ein Stück muss. Ich muss auf jeden Fall weiter. Jetzt muss ich hier gerade noch ein Leiter bauen. Das stimmt nicht, hoffentlich. Ich muss jetzt hier alles zurück. Was ist denn hier? Dort ist es geboten Kommt auf jeden Fall einiges am Kabel weg, das ist gut Echt? Wir haben einen Überfluss von Kabeln Wir haben wirklich einen Überfluss von Kabeln Nicht grad schön So, wie macht man nochmal ähm Faltiere Ähm... Oh, keine Ahnung Ich bin doch mal kurz, aber ich bin schon Ich bin doch mal kurz So, ich denke ich bin schon kurz an der Einzeige Aber ich weiß nicht nichts mehr Ich bin so schlau, die Scherz Wieso? Wir müssen jetzt hier wieder und dann kann man die Hand schlafen Dann füchieren noch Ja, ich hab grad ne coole Idee Oder? Die ich so Ja, ich weiß nicht die Idee Ja, das ist jetzt ne Coole oder ne Schwarz Egal, ich hab auch mal weg mit Ja, eben so gespawnt, ja Und dann kann man hier schön in der Hand schlafen Ja, dann kann man wieder raus und die Holzschütte machen Wir übergissen mich das Weißt du nicht? Das ist jetzt alles so Ja, das ist jetzt so Ja, die sind jetzt richtig warm Ich hab die Fulga sieht so geil aus Schleppt es, merkt es Ich muss gerade mal an Alter Ich liebe dich doch Hühnchen Erstmal Tag machen lassen Disconnectst du oder wirst du auch mitschlafen gehen? Ich kann mitschlafen Paarbet oder wirst du alleine schlafen? Alleine Ich habe einen Korb bekommen Jetzt sammle ich erstmal ein Paar Hühna Ich habe nicht auf die Zeit gekauft Muss ich gleich mal wieder ganz kurz schneiden Wo ist das Haus? Da Lass ein Paar Hühner sammeln Deine Eins haben wir hier schon, dieses hästige Vieh Ja, aber du sammels Eier Ich kann noch Hühner sammeln Ich kann sie dann jetzt sehen Ey, komm Einfache Ja Ich weiß Jackpick hab ich ja super spurt Einfache 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 Guck mal Er ist im Game Mode Er fliegt Er kann fliegen Na gut Ich klicke gerade auch selber Da habe ich mal zwei Schühner Oh yeah Ja Ne Portal kann man sich auch kraften Wurde ich mir gesagt Ich denke das Ja, kann man aber Die ist schwer zu kraften Weil du dafür den Wie heißt der nochmal? Ja Das ist ne Endtyp Also nicht den Endrate Sondern das andere Teil Ich hab die Hand mal hier gelegt Der hat ein Ei gelegt Jetzt kipp mal bitte die Brotten Ja Ja, damit Wir sind da Hühnerfrau Ja, dann guck mal Ja 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 Aber ich sammeln auch ein Paar Hühner nachher Okay Ja So lange macht man bei den Miner Ja, ich musste meine jetzt eben bei mir aktiviert Ich meine, ich hab meine Miner Du kannst mal Ich meine bei meinen Typen Meine Meine Ja, meine Mach meine schon mal für die Mapfab vorbereiten Ich 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 hab im Moment jetzt um Alex Und der Gypsy gefragt Ich glaub da ist Gypsy Ja Ob der es benutzen kann Also Keine Ahnung Eigentlich hat Alex letztes Mal gehobt Dass er für jeden gefragt hat Also Aber wie lassen wir ihn auch eigentlich benutzen Ist mir wirklich gefreundet Aber naja Hier ist Lava hier unten Was ist da? Platz Hier Oh nee, die sind ganzes Die sind wieder ganz hinten Die meiner Was sind sie? Ganz hinten Die meiner Oh, hier ist Kohle Gut Oh 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 So viele Und wir brauchen auch noch Tin! Jo, da ist der Miner stehen geblieben, du Scheißteile! Ähm... Na, der Miner wird immer abzustehen, weil wir einen Chuck-Loader haben! Wenn wir hier gerade offline sind... Dann ladet er ja keine Chucks mehr... Also, kein Brenner ladet er nicht... Dann bleibt er einfach stehen! Also, Chuck-Loader bist du auf jeden Fall gebraucht, ja! Aber die ganze Zeit sind feiner in den Rohren... ...die das ist einfach so ein Scheißteile! Kommt, wir können reinstehen... ...und wir können... ...Kloss... 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 ...Denke mal 50... ...3... ...3... ...3... ...3... ...9... ...und... ...das geht's an! Nein, nein, nicht... ...nach... ...nach... ...geht's an! ... prone... ...ans... ... Alter... ...neine... ...Nach... ...neine... ...01... ...und... ...2... ...0... So, ich geh mal noch mal wieder meine Rieder rein, ich geh mal wieder. So, was kann man so als rauskriegen? Ich mach jetzt lieber mal einen Kackentil, weil dann weiß ich mal nicht, was wirklich passiert. Wo ist das? Keiner so.